Riesenantritt. Müller sprintet mit. Alhoff ist gut postiert, aber die Frage ist, kommt er vorbei? Kann er flanken? Alhoff! Müller! Schieß noch! Schieß! Ja! Boah! Ei, ei, ei! Hier, das war die Situation, das Kunststück, den Ball da vorbeizubringen. Aber Alhoff dran, da kommt Müller, und dann ist der Düsseldorfer da. Er sagte vor einer Minute, er ist schwach, das war sicher richtig, aber er macht das Tor, und deshalb ist er in der Mannschaft, das hat sich der Ball immer wieder betont. Der Torsitzende.